Ihr habt bestimmt gerade OLL gelernt, wo ihr einfach nur die gelbe Seite hier löst. Und jetzt wollt ihr natürlich auch noch das hier seitlich lernen. Und das nennt man dann eben PLL. Und mit diesem PLL haben wir dann auch wirklich den Würfel danach gelöst. Und ich möchte euch zeigen, wie ihr das Ganze sehr, sehr einfach lösen könnt. Denn statt 21 Algorithmen haben wir hier jetzt nur zwei Algorithmen. Und warum haben wir bei dieser vereinfachten PLL-Methode jetzt auf einmal nur zwei Algorithmen? Und das liegt daran, dass wir jetzt zuerst einmal diese Ecken lösen und danach dann erst die Kanten. Und dadurch bekommen wir eben viel weniger Algorithmen. Und ich beginne jetzt mal mit den Ecken. Und wenn wir die Ecken lösen, müssen wir jetzt zuerst einmal zwei Ecken suchen, die schon zwei Farben nebeneinander haben. Also hier haben wir jetzt zum Beispiel zwei Ecken, die zweimal dieselbe Farbe nebeneinander haben. Also hier haben wir grün und hier haben wir grün. Also ich nenne das jetzt mal ein Eckenpaar, denn die sind schon direkt nebeneinander, so wie sie auch hingehören. Und wenn ihr keines findet, dann könnt ihr den Würfel gleich für den Algorithmus halten, wie ihr wollt. Aber wenn ihr eines von diesen Paaren findet, dann müsst ihr dieses eben hinten halten, so dass es eben hier hinten ist. Und wenn das dann eben hier hinten ist, dann könnt ihr den Algorithmus ausführen. Und zwar geht der so R'F'R', dann zweimal hinten, das geht in diese Richtung und das Ganze eben zweimal. Dann R'F', dann R', wieder zweimal hinten und zweimal R'. Und was jetzt passiert ist, dass eben alle Ecken richtig liegen und wir haben jetzt überall diese Eckenpaare eben. Keine Sorge, ich zeige den Algorithmus jetzt nochmal, aber diesmal eben mit dem Fall, dass wir überhaupt kein Eckpaar haben. Also hier sind wirklich alle Farben nebeneinander unterschiedlich. Also die Farbe und die Farbe ist unterschiedlich, die Farbe und die Farbe ist unterschiedlich. Und wenn das eben der Fall ist, können wir den Würfel halten, wie wir wollen. Gelb muss natürlich trotzdem oben sein. Und jetzt zeige ich euch eben nochmal den Algorithmus. Und zwar war der R', dann F', dann F', dann nochmal R', dann zweimal B', also hinten. Dann kommt R', dann F', dann R', zweimal hinten und zweimal R'. So, und was dann eben passiert ist, dass wir nichts gelöst haben, aber wir haben hier zwei Farben nebeneinander, also zwei, ein Eckpaar sozusagen. Und das kommt dann eben hinten hin. Und dann kann man den Algorithmus nochmal ausführen und dann müsste alles gelöst sein. Also wir machen R', dann F', dann F', dann nochmal R', zweimal hinten, dann R', F', R', und nochmal zweimal hinten und zum Schluss eben noch zweimal R'. Und jetzt haben wir eben bei jeder Ecke die Farben nebeneinander und die Ecken sind sozusagen gelöst. Und der zweite und somit letzte Algorithmus ist dann eben genau der, dass wir eben die Kanten jetzt noch lösen. Und das geht auch ziemlich einfach, denn wir suchen jetzt mal eine Seite, die schon komplett fertig ist, also zum Beispiel die blaue. Diese blaue Seite, ihr müsst auch darauf achten, dass die auch wirklich bei blau dann liegt, also dass man blau wirklich komplett fertig hat. Diese Seite muss dann hinten landen. Und dann führt man eben den Algorithmus aus, den ich euch gleich zeige. Aber wenn ihr zum Beispiel überhaupt keine Seite gelöst habt, dann könnt ihr den Würfel wieder halten, wie ihr wollt. Aber in dem Fall haben wir bereits eine, das heißt, blau kommt nach hinten. Und dann führt man eben aus, zweimal F, und jetzt muss man eben unterscheiden. Entweder man muss U machen oder man muss U' machen. Würden wir U machen, haben wir hier nicht dieselbe Farbe. Das bedeutet, wir machen U', dann machen wir L, R', wieder zweimal F, dann R, L', und jetzt eben wieder U', weil wir vorhin auch U' gemacht haben. Das heißt U', und dann nochmal zweimal F. Und schon haben wir den Würfel gelöst. So, ich mache den Algorithmus jetzt natürlich nochmal, also wenn ihr keine gelöste Seite habt, dann könnt ihr den Würfel erhalten, wie ihr wollt. Ich habe jetzt eine gelöste, also kommt rot nach hinten. Und dann zeige ich euch jetzt eben nochmal den Algorithmus. Und zwar war der zweimal F. Und jetzt wieder unterscheiden entweder U oder U'. Diesmal haben wir eben U', weil eben, wenn ich jetzt hier orange rüberschiebe, hier zweimal dieselbe Farbe ist. Dann machen wir L, R', zweimal F, R, L', und jetzt wieder U', weil wir vorhin auch U' gemacht haben. Und dann zum Schluss noch zweimal F. So, und der Würfel ist gelöst. Jetzt zeige ich euch eben, wie vorhin schon angesprochen, den Fall, dass man überhaupt keine gelöste Seite hat. Das heißt, dass alle Kanten nicht zu dieser Seite passen. Und wenn das der Fall ist, kann man den Würfel halten, wie man möchte. Und dann führt man eben den Algorithmus aus, also zweimal F. Und jetzt kommt eben wieder U oder U'. Und jetzt habe ich zusätzlich auch noch einen Spezialfall. Den wollte ich euch sowieso noch zeigen. Und zwar, ob ich U oder U' mache, ist egal. Denn ich habe tatsächlich jetzt nirgends eine Farbe, die übereinander passt. Also bei U' habe ich keine Farbe, die übereinander passt. Und bei U habe ich keine Farbe, die übereinander passt. Das heißt aber nicht, dass man jetzt einfach das hier stehen lasst und nichts dreht. Sondern man muss jetzt eben sich das aussuchen. Also entweder man macht U oder man macht U'. Man darf sich das aussuchen. Ich mache jetzt mal U einfach. Und dann macht man eben nochmal weiter. Also L, R', zweimal F, dann R, L', und jetzt eben U, weil ich vorhin U gedreht habe. Und dann nochmal zweimal F. Und jetzt haben wir eben wieder eine gelöste Seite. Und die kommt dann eben wieder nach hinten. Und diesmal haben wir eben nicht den Spezialfall. Also ich mache zweimal F. Und diesmal passt es eben grün über grün. Also ich habe in diesem Fall U gedreht. Und dann macht man wieder L, R', zweimal F, R, L', und wieder U, und dann zweimal F. Also man hat tatsächlich nur zwei Algorithmen, die man für PLL lernen muss. Statt eben im Original 21. Das ist wirklich sensationell. Wenn es Fragen gibt, dann schreib mir die bitte in die Kommentare. Ich werde so schnell wie möglich antworten. Und wenn alles geklappt hat, dann ist das natürlich sensationell. Und ich würde mich über Kritik freuen. Einen Daumen oder vielleicht sogar ein Abonnement. Und wenn ihr eben F2L ebenfalls lernen wollt, dann könnt ihr das natürlich in der Videobeschreibung noch ansehen. Dort ist ein Link zum Video. Oder eben rechts bei der Infokarte. Und ich sage jetzt ciao und bis zum nächsten Mal.